Ah, Meister Fried, höre ich? Na, 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 ich habe nur gerade mal meinen Umsatz ausgerechnet. Na, sind Sie zufrieden? Na, und wie? Besonders in Lithopone wird es immer mehr. Das glaube ich. Ich brauche Lithopone ja auch schon ewig. Aber was ich sage, meine Rechnung möchte ich bezahlen. Gerne, Meister Fried. Das war 25 Kilo Leinöl, 100 Kilo Lithopone, 50 Kilo Litho-Weiß. Und hier noch eine über zwei Eckepinsel und drei Bohren Glaspapier. Macht zusammen 6, 8, 17, 79 Mark, 4 Pfennig. So, hier sind 79 Mark, hier und danach noch 4 Pfennig. Dankeschön, Meister Fried, Dankeschön. So, und alleweil trinken wir das Gläschen. Ja, Prost, 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 Prost. Das ist gute Geschäfte, gell? Mhh, der schmeckt aber. Ja, wir vom Rhein wissen vor allem das Beste rauszusuchen. Ja, ja, gute Weintun mal trinken. Hibste Lieder singen. Ja, und schöne Mädchen sehen wir auch ganz gern. Aber wir verstehen auch unser Handwerk. Wir wissen, was der Malermeister braucht, um gute Arbeit zu liefern. Das glaube ich aber auch. Aus dem Rheinland kommt ja ein Großteil von LK-Lithopone. Sie sollen sich eins von den großen Lithopone-Werken mal ansehen. Das habe ich ja. Wer sowas mal gesehen hat, der weiß, dass er den Lithopone-Leut trauen darf. Was ich sagen wollte, notieren Sie noch 50 Kilo Litho-Weiß. Aber gern. 50 Kilo Litho-Weiß. Wird sofort besorgt. Dankeschön. Na, sind Sie zufrieden mit dem Litho-Weiß? Wissen Sie was, Herr Frisch? Lithopone habe ich ja schon als junger Malermeister gebraucht. Aber als ich vor ein paar Jahren mit dem Litho-Weiß anfing, da habe ich ja doch zuerst ein bisschen Herzbummern gehabt. Man will doch seiner Kundschaft nur das Beste bieten, oder? Nun, jetzt? Ach, jetzt? Jetzt mache ich es wie alle fortschrittlichen Malermeister. Nur Litho-Weiß für den letzten Fassadenanstrich. Licht echt, wetterfest, hält den Farbton, lässt sich gut verarbeiten und ist nicht giftig. Und ausgiebig. Ein Kilo Litho-Weiß, Pastor, reicht gut für... Reicht für 10 bis 12 Quadratmeter. Na, mindestens. Ja, man spart alle Hand bei dem Litho-Weiß. Ich habe jetzt schon runterwegs 10.000 Quadratmeter gestrichen. Und alle Fassaden stehen tadellos. Ach, guck mal, ich will lesen Köln-Diesel davon an. Der sieht aber was freundlich aus. Na, kein Wunder, der ist ja auch mit Litho-Weiß gestrichen. Ich habe mir es doch gedacht. Grüß Gott, Vater. Grüß Gott, weiß der Früh. Ah, das kleine Fräulein Frisch. Vater, heute haben wir in der Schule gelernt, man sollte, wann es eben geht, nur deutsche Ware kaufen und verwenden. Das seien wir unserem Vaterland schuldig. Und wer es nicht tut, der ist ein... Immer mit der Ruhe, mein Kind. Wir brauchen doch nur deutsche Ware, der Maler Meister Frühen ist. Jawohl, LK Lithopone und Litho-Weiß aus deutschen Rohstoffen. Und gut... Bravo, Vater. Bravo, Meister Frühen. Am Rhein bei St. Goal. Am Rhein bei St. Goal.